Ist sie wieder zurück? Ey, was denn? Nichts! Gar nichts! Alter! Kronkienchen ist heute auch dabei. Ey, was denn? Was ist denn? Kannste tragen, Alter! Kannste tragen! Guck mal! Ja, den Arsch! Das ist... Ey, ich sehe das nicht! Das ist voll scheiße! Ist der Arsch wirklich vorne? Wieso sieht das so komisch aus? Guck mal, guck mal unseren Taschen! Du bist der Arsch! Scheiße, ich kann ihn mir erinnern! Alter, ist das geil! Das ist der Arsch! Ey, ich will einen Screenshot haben, Mann! Ey, ihr seid dumm! Hast du dein Handy bei dir gerade? Ja? Bitte, Alter! Hey, Tobi! Warte, ich... Was denn? Guck dir das bitte an! Und bitte lass so spielen! Alter, ich hoffe, dass... Im Spiel wird das übernommen! Bitte, ja! Alter, das wär'n Traum einfach! Ich muss das mal zeigen! Ich weiß nicht, ob man... Oh, meine... Ich hab... Keine Luftfahrt, ey! Keine Luftfahrt, ey! Keine Luftfahrt! Was ist das denn, Alter? Ja, ich bin... Ich wollte mich heute mal ein bisschen anpassen, ne? Ich wollte... Heute mal so ein bisschen... Weiß ich nicht... Oh! Oh, Hilfe, ey! Girls Power! Girls Power! Geil! Ey, bitte lass uns starten! Ist mir alles egal! Ja, ich bin ready! Alles egal! Ich hoffe, bitte lass den so bleiben! Dann folgt die muskulösen Arme an! Und der Unterarm, der so ein bisschen wegfliegt! Was ist das denn? Oh Scheiße! Ich hole so! Vor allem, ich kam in die Lobby, auf einmal geht das Gebrülle los! Ich check gar nichts mehr! Ich hab einfach nur... Hä? Wir haben noch nie so schnell ne Aufnahme bekommen! Ne, noch nie! Achso, Tobi, du musst noch anmodellieren! Achso, hi! Okay! Gut! Was war das denn jetzt? Oh, hoffentlich... Ich kann Curry nicht ernst! Ich kann Curry auch nicht töten jetzt, wenn das jetzt auch in-game sein sollte! Kannst du vielleicht den Schrank sperren? Und zu-tapen oder irgendwas? Ey, was soll ich denn dafür zum... Ne, machen! Ohne Scheiße! Keine Ahnung! Nimm den Typen den Kopf davon und mach den in so eine Ballerina! Boah, können wir uns... Können wir uns bitte erstmal irgendwie treffen, dass wir gucken, ob das auch in-game so aussieht? Ja, können wir machen! Vielleicht auch mit Killer und ganz ohne... Erstmal peaceful! Ja! Können wir machen! Boah, bitte! Aber ich will es auch sehen, also ich komme auch zu euch! Boah, bitte, bitte! Ich glaube nicht, dass es so ist! Ich glaube nicht, dass es so ist! Wobei, der Curry kann uns ja gleich sagen, ob das so ist! Ne, ich habe es ja nicht gesehen! Doch, er müsste es ja sehen! Achso, stimmt! Hat er nicht! Er hat es bei sich ja nicht! Also ich glaube nicht, dass es so ist! Der liegt verdächtig lange gerade! Ja! Oh, bitte nicht! Bitte! 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 Ich habe das ganze Spiel geschrottet! Was? Curry und seine Hacks! Wir lassen dir noch ein bisschen Zeit! Alter, das muss einfach... Das muss drin sein! Das muss drin sein! Das muss drin sein! Das ist einfach... Alter, das ist der Obershit einfach! Boah! Kibbeling-Form! Diesen wunderschönen Körper! Die ganze Aufnahme! Die ganze Aufnahme-Session ist ja heute nur so! Es sollte er gar nicht mehr auf! Nur durch! Alles nur durch! Komplett! Liebe Kinder, esst mehr Kibbeling! Ja! Dann werden wir hier zum Curry! Ich glaube, der lädt nicht mehr! Ich glaube, der lädt nicht mehr! Ich glaube... Was passiert denn uns hier? Mann! Nooo! Bitte! Der lädt sich tot! Der lädt sich tot! Scheiße! Oh, warte mal! Warte! Was denn? Es verblasst gerade! Das macht's doch immer! Ne, bei mir ist es gerade hängen geblieben hier! Oh, das ist gut! Oh, das ist cool! Okay! Es ist nicht hängen geblieben, also es ist noch da, aber es ist... Hängen geblieben ist immer ein gutes Attribut! Okay, ich glaube, das wird nix! Oh nein! Oh, schade! Vielleicht kommen die da nochmal so rein! Boah, ich packe das auf jeden Fall in die Aufnahme! Ist mir alles egal! Ja, klar! Das muss... Man muss am Ende auf jeden Fall rein! Der Rest der Folge ist total unwichtig! Kannst jetzt schon abschalten! Das war das Highlight! Besser kann es nicht mehr werden! Nein, toll! Ja, ich glaube, da geht nix mehr! Auch wenn ich escape durch, passiert nichts! Ja, egal! Egal! Ja, machen wir ja... Der Escape macht so'n schönes Geräusch! Hm, bei mir nicht! Echt? Bei mir auch! Achso, ja doch! Das hier! Oh, der findet alles! Alter! Ich auch! Ich auch! Na, ich glaube Curry sieht normal aus! Curry sieht normal aus! Ja, ich bin normal! Wichtig gesehen habe gerade! Ich bin ein wunderschönes Mädchen! Ja, Curry sieht normal aus! Scheiße! Ja, okay! Dann... Ich geh wieder raus! Ich geh wieder raus! Ja! So wollen wir dich nicht haben, Curry! So wollen wir dich nicht haben! Ja, tu mir leid, Tobi! Was wär so schön gewesen! Tobi, wo bist du? Tobi, wo bist du? Tobi hat den Fallensteller übrigens! Ist das so? Ja, ich hab fast gedacht! Oh, Entschuldigung! Meine Nase kratzt hier grad! Mein Barthaar wächst grad in die Nase! Oh, das ist cool! Das verbindet! Wenn sich das verbindet, kannst du da einen Knoten draus machen! Ich kenn das! Das ist ätzend, weil das biegt sich manchmal in die Nase rein und kitzelt dann die ganze Zeit! Deswegen muss ich gerade mal mit ner Kneifzange ran! Okay, das werde ich mal kurz kurz... Die Nasenhaare kürzen! Verzieht euch, ihr Krähen! Hä? Übrigens schon wieder Maisfeld, ne? Oh! Ja! Ja, geil! Ist doch gut für dich! Ganz, ganzen Abend nur Maisfeld! Ein richtig toller Abend! Ne, ich hatte ja zweimal Schrottplatz! Ja, ich hätte jetzt auch lieber irgendwie so Schrottplatz oder sowas gehabt! Mal schon 5,000 Mal jetzt hier die Maisfeld sind jetzt... Warum muss ich denn hier die ganze Zeit, was soll das? Ja, ich bin doch bei dir! Ja, aber ich muss die ganze Zeit hier! Ich hab da voll, ich hab auch voll den krassen gemacht! Ach so! Ja, nice! Oh! Hammer! Weinen nicht, wenn der Regen fällt! Dam, dam! Dam, dam! Es gibt einen, der zu dir hält! Dam, dam! Dam, dam! Dam, dam! Mord, da hab ich verleißen nicht! Hammer und ja, weil ich nie bin ich! Alles geht vorbei! Mal! Alter! Was ist denn da los? Speedy Gonzales wieder am Aparelo oder wat? Denkste! Ahaha! Jaja, das kitzelt! Hör auf damit, Tobi! Bitte, bitte hör auf damit! Das ist echt nicht in Ordnung! Kniehle! Komm hinein! Hey Pan! Ja! Komm hinein, Ohren! Ich habe das Gefühl... Ja! Dass ich dich gefunden habe, aber dich nicht sehe! Aber vielleicht ist das ja ein Bug. Hä? Was ist da denn gerade passiert? Hä? Gar nicht. Oh nein. Oh nein. Was passiert da? Ich sehe nichts. Was ist da los? Mädchen, du hast dich verraten. Was macht ihr? Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Jetzt ist der Tobi wieder am Flirten. Ich habe doch deine Kommentare gelesen. Ja, das stimmt. Hör auf, ich muss lachen die ganze Zeit. Mann. Deswegen hänge ich Pan jetzt doch extra andersrum auf. Au. Was? Ach so, das habe ich jetzt alles verstanden. Ich bin einfach so brav und anständig. Ja, natürlich. Du vor allem, du? Ja, klar. So kennen wir. Arigato gozaimasu. Arigato. 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 Wat ist hier los? Wie zum Teufel. Arigato. 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 Ich bin nicht so... Ich hab ihnen meine Liebe ge... Nein! Gedingst! Ach, wen haben wir denn da? Ach, da haben wir ja noch eine! Da hat die Pan einfach den Tobi an mir abgeschmiert! Nein, hab ich gar nicht! Oh Mann! Du hast den Tobi an mir abgeschmiert! Aber was ist das, du? Tobi, also ehrlich! Das halte ich für utopisch! Das ist doch jetzt gerade für den Ton gewesen! Hey, hey, hey! Hey, hey du da! Hey, du da vorne! Hey, was denn? Hey, Tobi! Hey, hey! Lass mal reden! Ich hab ein Hey-du-Kitty-Pflaster! Hier, guck mal! Hey, Tobi, was machst du denn? Ja, reinziehen! Und da noch einziehen! Und dann zack! Und alles ist wieder gut! Wo ist der? Wo ist der? Der freundliche Onkedoktor ist für dich da! Ich muss Gronkh helfen! Hey, Sebastian! Lass mal Gronkh helfen! Oh, ich bin so doof! Oh nein, nein, nein! Hast du geladen, stell deine Falle hin, ne? Ja, natürlich! Hast du abgebrochen! Ey, du bist voll der Abgebrochene! Genau wie deine Schuhlaufbahn abgebrochen! Wann haben wir denn da? Ja, das bin ich Tobi, ich bin dein Freund! Der Kibbeling, ey! Lass mal den Kibbeling, Mann! Nein, häng mich nicht auf! Was ist denn mit dem Kibbeling los? Tobi, häng mich doch bitte nicht auf! So ist keine Falle da! Er hat nur verarscht! Vielleicht! Er hat nur verarscht! Ich weiß aber, dass der Kibbeling irgendwo ist! Der Kibbeling? Du hast, du hast, du hast den Curry, hast du gesagt! Ja, alles klar! Okay! Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich dich hier runterschmeißen kann! Mit, 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 mit! Ah, okay, 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 alles gut! Alles klar! So, ich, ich robbe mal ein bisschen ehrfürchtig vor dir im Dreck, ne? Das finde ich gut! Das finde ich gut! Warum machst du eigentlich immer die Falle irgendwie und hörst dann auf? Weiß ich nicht, weil ich hier vielleicht jemanden ablenken möchte, weil ich weiß, dass der Kibbeling hier irgendwo ist! Der ist doch nicht blöd! Ich bin schon längst wieder in der Fritteuse! Du hältst doch den Kevin nicht für so blöd, dass er hier noch rumkrauchelt! Natürlich ist der hier noch irgendwo! Also, wenn ich dem Kevin einen Tipp geben würde, sei nicht hier in der Nähe! Denn ich bin gerade Bait! Ich kenne nur Bain! Ich bin gerade Bain! Komm mal mit! Warum, 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 Tobi, warum? Ja, ich... Will ich halt einfach bei mir haben! Das ist voll lieb, das ist voll lieb, aber... Tobi! Also, hey, warum schleppst du mich jetzt hier weiter? Weil ich hier halt mal... Willst du jetzt hier die Generatoren ablaufen, oder was? Man muss auch mal Veränderungen im Leben durchführen, weißt du? Es ist einfach... Du meinst wie zum Beispiel diese Falle da am Generator, die du gerade gelegt hast? Sehr unauffällig! Das ist eine der Möglichkeiten, ja! Okay! Man muss ja auch verschiedene Dinge abwägen können! Okay! Gut, ich blute hier einfach aus! Ich blute hier einfach aus! Du bist ein wirklich vorbildliches Opfer! Ja! Das gefällt mir an dir! Bitte, jetzt hau mich doch nicht! Ich blute doch eh schon aus! Nein, ich möchte ja... Sag mir doch einfach, wo Kirby ist! Dann können wir doch hier... Ich bin hinter dir! Habe ich mir schon gedacht, ich habe hier so einen verdächtigen Geruch gerade! Ich bin dein bester Freund! Jetzt könnte man eigentlich taktisch da so... Ja! Aber ihr lacht die nicht zurück, das weiß ich nämlich! HK123 machen wir! Ich sehe übrigens, du hast deine Tage! Hey Tobi! Guck mal! Oh mein Hals! Hölle! Hölle Tobi! Guck mal! Ich renne nicht hinterher! Hey Tobi! Guck mal! Tobi! Ey! Wo ist der Curry? Wo ist er denn? Hallo! Tobi! 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 Nein! Ja! Ja! Ihr seid geil! Ihr seid geil! Das gibt's doch nicht! Durchs Fenster! Du kleiner, dreckiger... Ich dachte, du willst Curry kaputt machen! Ich dachte, du willst Curry kaputt machen! Ich wollte eigentlich... Ja, wollte ich eigentlich auch! Aber ganz ehrlich... Warum denn jetzt schon wieder? Irgendeiner muss den Anfang machen! Es tut mir leid! Oh nein! Ich war immer so gut zu dir, Tobi! Ich weiß! Es tut mir auch echt leid! 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 Die Kündigung ist morgen im Briefkasten! Ich weiß! Es tut mir auch voll leid! Komisch! Warum... Findet das keiner lustig! Hey Curry! Oh! Tobi! Stop! Nein! Nein! Das ist ärgerlich! Ich bin ganz ehrlich! Ich bin ganz ehrlich! Ich gönns dem Tobi von Herzen! Ich muss es zugeben! Das ist echt! Ich wollte dich gerade retten! Ich gönns dem Tobi trotzdem von Herzen! Ich gönns dem Tobi von Herzen! Ich gönns dem Tobi von Herzen! Das Problem ist halt... Also ich werd den Haken hier natürlich noch ein bisschen okkupieren! Wir occupy! Danke schön, dass du das machst! Das ist sehr nett von dir! Jetzt ist er auch weg! Ich nehm den Haken mit! Oh Tobi komm, Alter! In meiner Männerbrust! Ach, den Curry hab ich auch down gekriegt! Ja Tobi, hol mich mal! Lass mich sterben! Das ist ja der Hammer, Alter! Ich bin dein größter Freund! Tobi! Oh Tobi! Oh Tobi! Hast du das gar nicht gesehen? Nee! Der Curry ist bei mir weitergelaufen! Tobi! Nee, der ist ja hinterm Tobi zusammengebrochen! Bewusstlos! Tobi! Ja, das sieht man aber oft nicht! Tobi, ich bin dein bester Freund! Lass mich in Ruhe! Tobi! 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 Okay, Pan, du hast es in der Hand! Du kannst alle retten! Nee, ich kann gar keinen retten! Hallo? Wie soll ich denn jemand retten? Du kannst alle retten! Du kannst alle retten! Lalalalalala! Es gibt eine Möglichkeit, wie ich wieder laufen könnte, aber... Das ist sehr spannend! Ich muss halt schon erstmal die Panen sehen! Ich so kann diese Möglichkeit! Alter, ist das eine krasse Scheiße! Alter, ist das eine krasse Scheiße! Alter, ist das eine krasse Scheiße! Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Schnubidubidubidu! Schnubidubidubidubidu! Wo ist die Scheißluke, ne? Ich weiß es nicht! Alter, das ist so krass! Braunen Pooh! Mit deinem Karakter! Harn, hast du die Nuke? Sag mal kurz! Nee, hab ich nicht! Alter, ist das krass! Alter, ist das krass! Bist du die Best-Zeitung? Das ist doch unfassbar! Das ist doch unfassbar! Und was der kleine Biber getan hat, das konnte ich kaum glauben! Punkt Punkt 6 hat mich stutzig gemacht! So! La 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 la! Ich werde das aber jetzt mit anderen Augen sehen! Das ist schon eine krasse Geschichte! Ich seh da vorne einen Menschen! Ich seh diesen Menschen! Ich seh diesen Menschen! Ich glaub ich hab den Fluchtversuch geschafft, ist das dein Ernst? Das ist eine krasse Geschichte! Und geh trotzdem auf ihn zu! Das ist eine krasse Geschichte! Ob dieser Mensch mich wohl sieht, wenn ich... Das ist eine krisse... Eine krisse... Eine krisse Geschichte! Er schafft es sicherlich! Du schaffst es! Ichق renowned! Ich glaube an dich und ich glaube nicht, dass ich dir hab véhic. Ich steig noch! Ich bin fast bei dir! Ah! Klappt das nicht! Nein! Aiaiaiaia, bleib da! Hier, hier bin ich! Oh, nein, warte! Oh! Scheiße, Scheiße! A, B, C, Н Y e F, D, H! Da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Go, 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 go stove! Die alte Frucht... Oh Leute! Oh Leute! I need ein bisschen Sicherheit. Ich kann mir gerade am Geschwicht. Ich bin richtig geil. Ich steh so weit herrum. I think I should recover. Ich kack dir in die Stube. Mach ruhig. Mach ruhig. Du wirst uns niemals alle kriegen. Niemals! Das ist ja eine schwierige Geschichte. Das ist eine schwierige Geschichte. Es ist so schwierig, Freunde. Es geht leider nicht anders. Tobi, warum tust du das? Ist das wieder dein Frauenhass? Der Mann lebt als Einziger. Was ist da los? In dieser chauvinistischen Gesellschaft. Tobi, das finde ich echt nicht gut, dass du da durchs Fenster kommst. Mann, ey. Wer kommt durchs Fenster? Was? Tobi kommt durchs Fenster. Jede Nacht. Ich kann ja einfach den normalen Weg wählen, weißt du? Welchen normalen Weg? Willst du zeigen, wie cool du durchs Fenster kommst? Oh Mann. Das ist ja alles sehr merkwürdig. Okay. Falle direkt zwischen eure Palette. Oder was ist es? Falle direkt zwischen Palette. Da ist eine... Das ist vernünftig. Das ist ja vernünftig. Das ist ja vernünftig. Curry. Das war die einzige Option. Das Ding ist... Soll ich den Curry kenne, weiß er schon, wo die Luke ist. Ne, weiß ich nicht. Nein. Ich hoffe. So. Ne, ich bin bei dir. Hallo. Schau mir mal mein Curry zu. Das ist ja aber interessant. Das ist aber interessant. Das ist aber interessant. Das ist irgendwie sehr interessant. Hey Pan, wie geht es dir denn da drüben im anderen Zimmer? Mir geht es total gut hier im anderen Zimmer. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Es ist ein etwas... Es ist ein bisschen warm hier drin. Ein bisschen warm in diesem Zimmer. Ein bisschen warm. Ein bisschen warmsinn. Ein bisschen warmsinn. Ich werde warmsinnig hier. Warmsinnig. Wann, wann, wann. Es wäre cool, wenn ich dann die Luke kenne. Es wäre so toll. Es wäre so toll. Es wäre so toll. Wo ist denn hier die Luke? Luke, Luke, Luke. Das wäre der absolute Hammer. Sing mal ein bisschen. Luke, 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 Luke. Wie wäre es für ein Schlager? Wie wäre es für ein Schlager? Tobi? Schlager, Schlager, Schlager. Curry hat die... Curry hat die Luke oder was? Ne. Ja. Vielleicht. Nein. Evtuell. Ich weiß es nicht. Hat er, hat er nicht? Hat er oder hat er sie nicht? Boah, die Game Show. Die Game Show. Das Problem ist, wir müssen jetzt die ganze Zeit natürlich laut sein. Ne, also, falls Leute sich jetzt abgefuckt darüber fühlen, weil man die ganze Zeit la 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 macht. Das liegt natürlich daran, dass der Curry so geil stöhnt immer. Und der Tobi fühlt sich einfach angezogen. Mach ich aber nur aus Lust. Ja. Das ist ja, das ist ja. Nur das mit Stöhnen halt ist. Boah, ich muss morgen einkaufen, ich weiß gar nicht, was ich einkaufen soll. Was soll ich einkaufen? Ja. Ja, vielleicht einen Liter Milch. Und vor allen Dingen auch Gänseschmalt. Das ist so wichtig. Gänseschmalt? Gänseschmalt ist so wichtig. Gänseschmalt ist total ekelhaft. Gänseschmalt ist so wichtig. Ah, fuck, gut. Ich singe noch mal ein bisschen. Aber jetzt noch weg. Shit, man. Wo hab ich denn hier... Warte mal. Warum nur mal sicher gehen hier? Wiggle, 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 wiggle. Das gibt's nicht. Ich hab ihn geschafft. Oh. Ich hab ihn echt geschafft, Mann. Oh, das ist schade. Gibt's da einen Trick eigentlich? Ich versuch doch mal im letzten Moment irgendwie zu fliegen, aber das ist mir nie gelungen. Tobi. Tobi, ich gönn's dir aber. Das hast du gut gemacht. Es wird auch mal Zeit auf jede... Das hast du gut gemacht. 20 Minuten oder was? Hast du den Curry an der Hals für den Schwein gehangen? Sehe ich das richtig? Ich hab den Schwein gehangen, weil ich ihm einfach mal echt zeigen möchte, was ich für den Mal... Oh, oh, ich hab Angst jetzt. Oh, ich hab mich abgelust, die Runde, weil der Tobi mich natürlich am meisten hasst. Ja, das wollte ich aber auch. Mann, ey. Über Schwein. Aha. Hm? Ja, ich guck hier grad. Tobi ist, äh, Perk. Das war schon das zweite Mal, dass der Fluchtfahrer so klappt. Ah, tut mir leid. Okay, Problem ist tatsächlich, der Tobi wird sich jetzt totladen. Wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal die Aufnahme unterbrechen. Oder, Tobi? Ich weiß noch nicht. Nein, Tobi, sag doch mal, Tobi. Liebe Gameshow-Freunde. Ich glaube, ich bin... Und die Antwort bekommt ihr nur auf meinem Channel. Heute abonnieren für nur 5 Euro. War ich gerade aufgewachsen? Äh. Wart da, Mund. Wart da. Hä? Vielleicht hat Bart da vorher eine Nase wacht? Ne, ich hoffe nicht. Ne, es war... es war eine Wimper, glaube ich. Also es hat zumindest irgendwas ausgelöst. Ähm, Bart-Haare ausreißen, merk ich. Ich glaub, bei mir ist das Spiel stehen geblieben. Oh nein. Nein. Okay, dann heißt es jetzt einfach mal direkt Cut. Und wir sind gleich wieder da. Tschüss. Tschüss. Ja, da sind wir wieder zurück. Bei Dead by Daylight. So, wo ich gerade hier meine Zeit zurecht bin. Man sieht anhand der letzten Folge, wie gut der letzte Patch war, glaube ich. Tobi. In jeder Folge immer ein Cut. Ja. Ja, jede Folge, ne? Wir müssen jede Folge schneiden, weil der Patch einfach... Boah. Er hätte doch einfach ohne Killer weiterspielen können. Ja, eigentlich auch. Er spielt ja nur beim Killer ab. Ja. Curry. Hm? Was sagst du dazu? Das weiß. Der Curry hat gerade gesagt, er hat mich gewinnen lassen. Mhm. Natürlich. Curry. Ja? Ist dein Leben an Arroganz und dein Auftreten überhaupt noch zu überbieten? Nee. Das ist seitdem er 100 Abonnenten hatte, ne? Ist das so geworden? Das ist echt schlimm. Ich kann mich nirgends mehr blicken lassen. Hier im Keveler Bus werde ich immer angesprochen und so. Keveler Bus. Boah, dieser Gronkh antwortet mir nicht, obwohl ich schon 100 Abos habe. Was muss ich denn noch machen? Ein ganz schweres Leben. Oh. Das stimmt. Mit deinem Fiat Punto. Ist auch so eine YouTube-Karre, ne? So eine YouTube-Money-Karre einfach. Ja, ist auch richtig. Das ist einfach so ein Splasher-Auto, weißt du? Ja. Ist das Cabrio, oder? Seitdem er unter der letzten Brücke durchgefahren ist. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab natürlich nur Audi T7, Alter. Gibt's Audi T7 überhaupt? Ich glaub nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad überlegt, ob ich die überhaupt kenne. Ich kenn mich mit Autos überhaupt nicht so aus irgendwie. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich find 212 Autos immer ganz hübsch so, dass ich sag, boah, geil. Ja, Tobi. Voll hübsch aus und so. Ja. Mit Autos auskennen tue ich mich jetzt nicht. Ne, ich auch nicht. Das Problem ist, bei meiner Größe passe ich halt auch nirgends wo rein. Meinst du jetzt von der Körpergröße oder Breite? Von der Größe her. Und meine Keule passt da auch nirgends wo mit rein. Na, bei mir ist die Breite immer. Also wenn ich zum Beispiel in einen Twingo steige, fülle ich den zu 100% aus. Das muss aber so sein. Das quillt so raus aus dem Fenster. Und dann, wenn ich die Tür aufmache, ergießt sich da erstmal so n Hefeteig aus, weißt du so. Das muss aber tatsächlich so sein. Achso. Ich wusste nicht. Das wusste ich nicht. Doch, doch. Das ist real, Alter. Ach, ich möchte schauen. Wieso? Vor wem? Vor, äh, vor dir. Vor meinem eigenen Schatten. Ja, das ist auch immer. Das Herz ist stark in mir. Es bubbelt so groß. Ich will nicht schon wieder ihn holen jetzt. Das ist doch kacke. Oh, der feine Herr kann sich schon aussuchen. Komm, Tobi. Schaffst du eh nicht. Das ist eh zu unfähig. Alter Feinsteller. Weißt du, du bist einfach... Ja komm, Tobi. Du bist einfach richtig arrogant, Curry. Ja, Tobi, komm. Du bist so ein richtiger... Ja, komm. ...widerling einfach. Tobi. Wie? Ich hab das drauf versucht. Ich hab jemanden nie so getroffen. Boah, ich bin so abgefallen. Du standest da einfach zu lange. Was hast du da gemacht? Ja, aber ich hab jemanden nie durchs Fenster irgendwie getroffen. Nie. Ach so, das. Was hast du jetzt gemacht? Du bist durchs Fenster. Nee, ich stand vor dem Fenster und der hat mich von der anderen Seite getroffen. Durch den Mund durch. Sag mir nicht, was du direkt am Fenster... Egal. Na. Das macht mich aggressiv. Aber alles noch gut. Wir laufen ja alle noch. Das ist ja noch schön. Ja. Das war auch so ein bisschen die Müdigkeit. Ja, ja, ja. Das machen wir schon. Ja, ja, ja. Wir entkommen jetzt. Weil sich die Aufnahme heute auch zieht, weil das bei Dale halt so problemlos läuft überhaupt. Ja. Oh ja. Wenn sagst du das? Äh? Ja. Ja. Ich hab... Ich geh hier schnell. Da geh her so schnell. Das weiß ich gar selbst nicht. Ich geh durch die Luke. Du bist durch die Luke? Sterb mal alle. Lasst euch doch mal töten, dass die Pan durch die Luke kann. Hast du die Luke schon? Das ist ein guter Plan. Ist ein guter Plan. Ich hab die Luke. Ich weiß wo die ist. Echt? Wo ist die, Tobi? Wo ist die, Tobi? Ich hab die Luke. Spiel doch mal das Luke-Spiel mit uns. Mach's Astronomie gemacht, Tobi. Ja, ihr könnt ja nicht rein. Das ist das Problem. Ja, aber ich will einfach die Luke mal sehen. Können wir gleich jetzt schon mal aufschließen? Just for fun? Ja, geht ja nicht. Müsst ihr euch ja töten lassen. Mit Sklettschlüssel geht's, glaub ich, ne? Ich glaube, Sklettschlüssel gibt's. Ja, aber den haben wir doch. Dann kann man sie aufmachen. Damit kann man die aufmachen. Vorab schon. Ja, der Curry müsste das doch eigentlich wissen. Du spielst doch 24 Sekunden. Aber ist... Ist, glaub ich, ne Opfergabe. Echt? Ist das nicht... Ja? Übrigens... Regenbogen... Ist... Ja... In beide Richtungen. Curry hat schon beide aufgemacht, die Regenbogen, oder? Ja. Klappe hab ich jetzt auch aufgemacht. Hä? Du bist voll der Lügenbold. Regenbogen 2? Hab ich gerade geöffnet. Ja, ich weiß. Ach so. Cool. Okay, wie sieht's aus? Ah, ich muss gehen! Ich muss gehen! Es tut mir leid. Curry, wie sieht's aus? Was sagst du jetzt, Tobi, Mann? Was sagst du jetzt, Mann? Du scheiß Monster! Loser! Ich hab dich in der letzten Runde bei den Schweinen aufgehängt. Ja, weil ich's extra gemacht hab. Hahaha. Das hat mir vollkommen recht, Curry. Ähm. Aha. Seht schon gut. Ich hatte gerade wieder so ne lustige Ansicht. Ach schon. Was hast du denn gesehen? Unter der Karte lauert das Böse. Ach so. Okay. Ah, okay. Das wissen wir Bescheid. Ja. Okay. Soll ich's kurz machen jetzt einfach? Was denn? Finde die Luke. Finde den Weg in die Luke. Ne, die Luke ist ja eh nicht mehr. Also soll ich? Mach doch noch nen Generator. Ist jetzt ne Challenge. Ach du bist noch drin? Boah, jetzt mal nen Generator machen. Hä? Hä, du bist noch drin? Ja, ich dachte ich grüß den Tobi nochmal ein bisschen. Ja, wo bist du denn? Lass uns doch mal treffen. Vielleicht findest du ja die Luke. Was hast du denn bitte für nen Perk? Niederlis? Was ist das denn her? Nein, das ist der Werkzeugkoffer. Wie? Hast du eigentlich schon mal was am Haken gemacht? Ich? Ja. Ist das Perk? Ja. Aber nicht in diesen Runden. Achso, okay. Ich geh mal raus jetzt, oder? Tobi. Finde doch die Luke. Vielleicht findest du sie. Hä, Luke, ich kann die Luke nicht finden, weil die eh zu ist. Weil die Ausgänge offen sind. Also finden kannst du die schon. Ja, aber die ist ja zu. Du sollst sie doch finden. Tobi, kannst du dem Erik mal zeigen, wo die Luke ist? Nee, der möchte ja nicht. Sag ihm das doch mal. Der kann doch eh nicht da durch. Kannst du doch sagen. Ja, er möchte ja nicht. Wenn er nicht möchte, dann soll er aus dem Haus raus. Rützliche Spähchen. Ob das ne gute Idee ist gerade? Vielleicht weiß er ja schon, wo die Luke ist. Wenn du jetzt einmal schaffst, einmal über die Map zu laufen, dann, äh, kriegst du Errungenschaft. Du hast eigentlich für ne Scheiße labert. Ne, du darfst ruhig rausgehen. Ihr habt euch das verdient. Das war wirklich eine gute Runde von heute. Also mit Curry. Curry ist arrogant. Hey, ich hör da was. Hast du gehört? Hey, zurück, zurück. Hast du das nicht gehört? Party! Nein! Ist doch egal. Ist doch voll egal. Ich hätt mich noch mal schlagen lassen sollen. Ja, ich weiß. Du hättest mich noch mal schlagen lassen können. Oh, was macht ihr denn da ihr beide? Aber der Luke ist doch zu, oder? Ist die Luke nicht zu? Curry, kuschelst du gerade mit dem? Nee, du bist alleine bei mir unter der Merle. Ich geh jetzt zu meiner Luke. Echt, bei mir kuschelt ihr beide schön. Gemeinsam. Oh, Gronkh. Ich kann Gronkh an. Jetzt hast du den Fehler. Guck mal, da oben läuft Tobi. Tobi. Ah! Bist du gerade an einer reine Falle gelaufen? Ja, aber was soll ich denn sonst machen jetzt? Gott, Tobi. Tobi sei sicher, du. Wo ist denn die Klappe? Hier ist Currys Familie wieder. Die Schweine. Oh, wunderschön. Wo ist denn die Klappe? Na, Familie Doris'n? Alles fit hier, oder was? Ach, das bei Daylight. Ich war letztens erst bei den Seehunden, Tobi. Die Doris'n. Oh, guck mal. Jetzt steht da Ausgang oder Luke. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen bei der neuen Reihe an der KTV-Show. Die Doris'ns. Ja, und nun? Habt ihr beide Spaß? Ja, irgendwie. Ja, ich muss ja rausgehen. Ich hab ja verloren. Wir sind verschmolzen vor Geilheit. Ach, jetzt. Oh, Tobi hat... Tobi Nathor hat so viel Angst gehabt, dass er einfach rausgegangen ist. Das ist echt traurig. Schade, ey. Schade, schade. Ja, schade, Tobi. Ich bin rausgegangen, damit so ein arroganter Pesser wie hier auf jeden Fall. Ja, Tobi. Lass es raus, Tobi. Kannst ruhig weinen. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Lass es raus. Aber ich möchte, dass du für immer im Hinterkopf behältst. Ich hab dich bei den Schweinen aufgeregt. Das ist der nächste Fall. Tobi traurig. Oh. Ciao. Achso, ja, tschüss. Ja, tschüss. Heute war aber echt... War lustig, ne? Tobi, eine Achterbahn. Wann haben wir angefangen? Boah, ich... Halb zehn. Eigentlich wollten wir um neun. Dann wurd's halb zehn. Und dann wurd's immer später. Und jetzt irgendwie schon halb traurig morgens für die paar Folgen. Also wir haben jetzt fast sechs Stunden hier gesessen und haben vier Folgen. Ja. Immerhin. Aber es war trotzdem cool. Hat Spaß gemacht. Boah, heute war aber echt krass. Krasse Folgen auch dabei. Ja. Und mit geilen Disconnects und alles. Heute hatten wir alles. Und sogar... Transgender heißt das, ne? Ne, ich hab keine Ahnung. Transgender Curry. Hatten wir auch dabei. So. Ne, ich glaub... Das war keine Currywurst. Das war Curryvagina. Ne. Der Curryvagina. So. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, dann darf ich wieder schlachen. Oder vielleicht... In der nächsten Folge funktioniert er vielleicht irgendwie mit den Freunden, das Survivalen, oder? Das wär cool. Das wär geil. Das wär megageil. Würde ich mir erstmal dir gerne drauf keulen, ne? Ja, geil. Da helf ich dir. Das ist cool. Machen wir. Warte. Warte. Bis zur nächsten Folge. Versprochen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 KOL trat police. H닝. Untertitelung des ZDF, 2020